Alle Leute sollen losgehen! Zum Stern auf der Minikarte und um den Fotografen zu treffen. Der Stern ist heute da und sucht einen neuen Star. Sieh zu, dass du die Ziellinie als Erster überfährst, dann bist du bestimmt im Film dabei. Modified to the Max Entertainment ist heute Nacht unterwegs, um für das neue Video zu drehen. Sorgt dafür, dass sie dich sehen. Überzeug sie von deinem Stil. Die Filmcrew von Burning Weirds ist heute da und sucht einen neuen Star. Gib ihnen was, worüber sie sich freuen können. Ja, es hat auch gereicht, wenn du einmal angerufen hättest. Aber gleich dreimal hintereinander. Ich glaube, die alte steht auf mich. So, dann holen wir uns jetzt die DVDs. Weil die DVD machen noch zwei ungewollte Street-X-Rennen. Come on, let's go, baby! Hehe, lass knacken! Einmal drehen, Bände! Äh, wenden, bitte! Jetzt war ein Wagen so hässlich durch die scheiß Dachspoiler. Hey, alles rund, Baby? Ja, ich hab Action fertig. Konnte den Ort noch nicht genau rausfinden. Soll aber irgendwo im Bereich Hotel Plaza sein. Meine Jungs sagen, es ist leicht verdientes Geld. Ich wähl mich, wenn ich wieder was höre. Peace! Was? Puh! Lasertechnik Laserstochbaum Francis, du hast die Finger von mir Aber sie ist so süß Ja, im letzten Part, könnt ihr euch vielleicht dran nennen, habe ich was vom Gewinnspiel erzählt Also ich weiß schon ganz genau, bei 100 Abonnenten wird natürlich eins kommen Natürlich weiß ich noch nicht was Und ja Mal sehen, ich weiß schon, was ich machen werde Es ist nicht sehr einfach, sage ich mal dazu Also das heißt echt ein bisschen Köpfchen anstrengen, das Ja Ja, ich will darüber ja noch nichts verraten, das werdet ihr dann alles sehen Ja Scheiße, ich bin komplett verkehrt gefahren. Und wieder runter. Da bin ich echt... Hab ich total vergessen abzubiegen? Oder besser gesagt, ich bin verkehrt abgebogen. Naja, sowas kann natürlich mal passieren. Mensch, Schwamm drüber. Also in spätestens zwei Parts hab ich den neuen Stadtteil. Es sei denn, ich trödel wirklich noch rum und mach hier irgendwelche Scheiße. Burning Wheels, zeig dich und deinen Schlitten auf der neuen DVD. Du hast echt Glück, Junge. Burning Wheels, Special 3 DVD Edition. EA Games presentiert Burning Wheel. Ich hab doch gesagt, ich bin der Beste. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ja, jetzt fehlen uns nur noch... DVDs haben wir. URL-Rennen fehlt uns noch. Ähm. Also nur noch URL-Rennen und zwei Street-X. Mehr hab ich ja nicht. Okay. Hätte ja klappen können. Ich dachte, ich kann die weglassen, aber... War wohl nichts. Zu früh gefreut. Aber zumindest hab ich schon mal die ganzen URL-Rennen gemacht. Die ganzen fünf oder sechs. Die ja wirklich am nervigsten sind. Aber das wusste ich vorher auch nicht, dass man da so nachgucken kann, wie weit man schon ist. Gerade für den Sponsor, sag ich mal. Das wusste ich nicht. Hätte ich das vorher gewusst? Hätte ich das bei jedem gemacht, wenn ich einen neuen Sponsor gekriegt hätte. Was muss ich erledigen? Also die Aufgaben mäßig. So, um neue Stadtteile zu bekommen, musst du das, das und das zu erfüllen. Ja, ja, hub rum da. So, dann haben wir auch das erste. Gleich hier unten. Ich hasse diese Dinge. Jetzt war ich so froh, dass man mit Glück nicht fahren muss und nennen sowas. Man hat keinen Noss bei dem Scheiß hier. Also man kann es so sehen, das ist eigentlich so wie URL-Rennen. So, dass man hier halt keinen Noss hat. Und wirklich darauf achten muss, man muss die Kurven eng nehmen. So, vier Runden. Ich bin erster momentan. So, dritte Runde. Läuft ganz gut. Habe auch einen schönen Vorsprung. Vierte Runde. Let's go, Baby. Ab zum Ende. Ja, ich habe Scheiß-Spinners drauf, die ich hasse. Die könnte ich theoretisch jetzt eigentlich auch abnehmen. Und wieder meine alten schönen Felgen drauf. Das war knapp. Aber wirklich knapp. So, ich habe gewonnen. Die Spinners drehen sich immer noch mit Vollspeed. Drehen. Spinning nine time shine. Man, spinning nine ist ein geiler Rubber. So, ich muss einmal auf die Karte gucken, wo das nächste Rennen überhaupt ist. Hier oben ist keins. Ja, dann. Heißt es geradeaus runter. Tschüss, ja, Penna. Tschüss, ja, Penna. So, und los geht's. Take me out. Haha. 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 Danke, sehr nett. Du Wixxer. Du wirst du wirst, du wirst, du wirst. You spin my head right. Haha, ich bin Erster. Wer weiß, wie lange. Aber bis jetzt habe ich mich ja mit den Online-Pissern eigentlich ganz gut. Weck gebattelt hier. Fuck, fuck. Komm, 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 komm. Ah. Wow, wow. Hallo. Ha, ich bin sogar noch Erster. Wie geil. So, und jetzt haben wir nur noch ein URL-Rennen vor uns. Autoglasfolien. Ja, die brauchen wir ja nicht. So, und dann können wir auch gleich hinfahren, denn können wir auch dort vor Ort den Part benden. Ha, 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 ha. Sonntagsfahrer hier. Oh. So, das war's dann wieder von mir. Und tschüss.